Weep, weep, weep. Ja, Angriff. Es gibt immer Angriffe und irgendwo schießt noch ein Sniper-Turm. Ja, lass ihn schießen. Was mich jetzt viel mehr interessiert, ist oben die Anlage. Dass die nach und nach fertig wird. Ich hatte ja schon angefangen, unten da die Sachen reinzuschmeißen, die wir brauchen. Warum fehlt hier Brennstoff, wenn es da... Achso, es liegt noch gar nicht drin, es ist nur angefordert. Ja, damit könnten die Roboter jetzt ein Problem haben. 800 Available Robots, die nichts zu tun haben. Haben wir keine Brennstoffblöcke mehr? Also, was mir gerade vor Augen vorstippt ist, wir haben jetzt einen riesigen Bedarf an Brennstoffblöcken und dem Knochenmehl, das gar nicht mehr hergestellt wird. Und jetzt kommt das neu produzierte Brennstoffding hier, wird da oben reingetan und die hier unten bekommen nichts mehr ab. Aber nee, das ist unwahrscheinlich, es müsste ja eigentlich gleichmäßig verteilt werden. Und hier ist eigentlich mehr als genug. Oh, Roboport-Abdeckung. Das habe ich nicht bedacht. Haben wir noch ein MK1 Roboport auf Tasche? Nein, haben wir natürlich nicht. Und wir haben keinen Stahl und das ist alles doof. Du, die brauchen wir alle nicht. Weg, 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 weg. So. Die brauchen wir auch nicht. Ein Kupferkabel brauchen wir auch nicht. Alien-Artefakte. Äh, nee, ich kümmere mich jetzt nicht ums Tungsten, das könnte ich nicht. Ich will erst mal Strom haben. Also ja, ich habe sieben Gigajoule, ne? Auf Vorrat, aber trotzdem. Und wir haben Roboport-Abdeckung. Warum? Komm. Was? Ach so. Weil die noch gar nicht gelegt wurden. Die sahen so massiv aus. Guck mal. Da ist eine gelegte und da ist das da. Das ist vielleicht 10%, 20% Transparenz. Also ja, das erklärt das Problem in Anführungszeichen. Hier bräuchten wir überall noch Pipes. Die Pipes müssten aber eigentlich hergestellt werden. Nur halt langsam wegen Stahl. Was mache ich denn währenddessen? Wir haben es gerade Mitternacht, also töten ist nicht. Außen habe ich so gut wie keine Munition. Oder habe ich welche? 13 Polished. Sehr schön. Äh, dünn, dünn, dünn. Bau 13 davon. Das dauert jetzt eine Weile. Äh, was wollte ich noch? Ich hatte angefangen, diesen tollen, tollen Turm zu bauen. Gold Ruby Laser. Ja. Den könnte ich jetzt aufstufen zu Bronze Saphir. Da. Oh, das ist so ein langer Weg bis da hinten hin. Also ja, ich könnte jetzt... Ich habe ja Polished... Da wird gerade alle verballert, ne? Brich die mal ab. Genau, ich habe drei Polished Emeralds. Dann hätte ich jetzt... Polished Ruby habe ich auch schon. Ich hätte jetzt gerne Polished Sapphire. Das heißt, ich nehme mir jetzt das Zeug von hier... Was? Ich nehme jetzt das Zeug von hier... Oh. Was? Habe ich das schon umgestellt? Nö. Wo sind meine ganzen Polished... Blauen Dinger hin? Du arbeitest auch, oder? Ja, du bist am Arbeiten. Du tust es dann da rein. Ich habe hier noch ganz viele Chunks. Ja, hier sind Chunks. Ja gut. Also ich hatte mir gedacht... Ach, dann kann ich jetzt ja während das hier alles am Arbeiten ist... Ein bisschen an den Türmen rumbasteln. Und ausprobieren, wie gut denn die blauen Türme sind. Aber zum einen ist mein Spielercrafting daher ausgelastet. Und wir haben nicht die Edelsteine so vorrätig, wie wir sie bräuchten. Außerdem die Topaz-Geschichte. Kann ich noch gar nicht bauen. Darf mal ganz ab. Aber wir haben auch keine Topaze. Weil es keine Beider gibt, die Topaz-Teilchen droppen. Soweit ich weiß. Das heißt, die müssten wir wirklich abbauen. Was ist hier so lange am Rumgerödel? Macht die tot und dann ist gut. Lauf, 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 lauf. Zickzack durch die Basis durch. Da ist doch schon alles tot. Da unten... Wird nur einer beschlossen. Das ist ein Sniper. Ich würde gerne die akustischen Signale so einstellen, dass sie nur plärren, wenn alle... ...zehn Sekunden ein Gebäude vernichtet wird. Alles da drunter ist zu verkraften und wird automatisch neu gebaut. Oh genau, grüne Rohre. Haben wir noch nicht automatisiert. Oh, Gudi. Gib mir bitte... ...davon, sagen wir mal, 20 Stück. Stahl brauchst du auch noch, ha? Hätte das gedacht. Jetzt 20 Stahl. Können wir auch nicht produktiv machen. Ja, ne. Also die werden dann hier hergestellt und wenn sie hier hergestellt werden, kommen sie in die Kiste. Und wenn sie in die Kiste sind, werden sie nach oben geflogen. Dass das dann nach und nach was wird. Ähm... Die Kistenkiste? Wo ist die Kistenkiste? Hier ist die Kistenkiste. Also Stahlkisten sind schon mal da. Grüne Chips kommen gar nicht an. Hab ich die mal wieder abgeknipst vor ein, zwei Folgen? Das kann gut sein. Ja, hab ich. Und wir haben wieder keine im System. So, zipp, 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 zipp. Zipp, 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 zipp. Und ich hatte sie abgeknipst wegen Stromproblemen. Genau wie... Ne, hier hab ich nix abgeknipst. Oh, ich hab's schon mit angeknipst. Ähmchen sind alle nach oben. Ja, okay. Ich hoffe mal, dass es mit dem Strom sich jetzt langsam hält. Weil wir ja auch gleich die neue Anlage hier haben. Ein Teil der Anlage müsste doch schon laufen, oder? Irgendwas? Haben wir eine komplette Reihe irgendwo durch? Ne. Hier fehlt nicht mehr viel. Nun bauen wir mal im Inventar einfach mal so drei, vier Rohre. Brech das mal kurz ab. So. Mach dann damit weiter. Genau, die Rohre. Also es kommt von oben, es geht da rein. Die hier sind alle schon gelegt. Da, da, da. Das heißt, es fehlen nur die... die da. So, jetzt sollte eine Reihe vorhanden sein. Und das erste arbeitet. Schöne Sache. Schöne Sache. Äh, ne, ne. Ein Rohr noch. Entschuldigung, du musst schon wieder abgebrochen werden. Aber es macht jedes Mal einen kleinen Fortschritt. Also es startet nicht jedes Mal neu, weil die Zwischenschritte ja fertig sind. Du, du. Boiler. Ja. Na gut, ist alles in Arbeit. Wird auch angeflogen. Die Kisten kommen auch schon her. Hab ich noch blaue Kisten, um mir ein bisschen auszuhalten? Nö. Keine blauen Kisten mehr. Aber es reicht mir schon fast, dass das Ding hier ansatzweise anfängt zu arbeiten. Ah, das war wieder das falsche Ding. Du bist echt. Oh. Was? Ach, das waren die, die ich von Hand gesetzt habe. Und die haben dementsprechend nicht die Programmierung, die sie haben sollten. Okay. Haben jetzt alle eine Programmierung. Ja, bis auf die, die da fehlt. Ich muss jetzt eine blaue Kiste herstellen und sie da von Hand hinsetzen. Gut. Du, da. Schiff, rechts, schiff, links. Okay. Was ich eigentlich machen wollte, war einfach nur ein bisschen Brennstoff reinschmeißen. Aber ich habe gar keinen Brennstoff. Gut. Dann weiter damit. So. Du wirst auch langsam schneller. Produzierst also inzwischen beachtlich Strom. Aber wir haben Nacht. Und wir werden angegriffen. Also es wird wieder weniger. Nö. Arbeitet schneller, ihr Hunde. Du bist fertig. Okay. Ich schalte dich auch erstmal nicht wieder an, glaub. Wow. Wir haben kein Eisen. Äh, ich schalte dich sofort wieder an. Ich ignoriere vollkommen, was ich gesagt habe. Du, letztlich mal so, dass du möglichst viel abbaust. Du kriegst eine Kiste. Und du kriegst tolle, teure Module. So, damit wir Eisen bekommen, damit wir Eisenplatten bekommen, damit wir, oh, fliegt die Nacht da. Ach so, die Schmelze. Äh, damit wir Eisen bekommen, damit wir Eisenplatten bekommen, damit wir Stahl bekommen, damit wir die ganzen anderen Sachen bekommen, die wir hierfür brauchen. Kommt gut rein, kommt gut rein. Hier kriegst du noch mehr. So, Chips sind wieder auf dem Vormarsch, sind schon bei 900. Kupferplatten sehe ich sehr viele. Eisenplatten sehe ich aber auch, 1400, das ist gut. Ich sehe ganz viele Solarpanels, die ich nicht brauche. Mhm. 241 alte, dünne Poles. Brauchen wir auch nicht mehr. Hm, kn- Oh. Das könnte auch noch nach oben geflogen werden, oder? Sollt ihr da schon bei? Ja, hat Mischmasch aus Brennstoffblöcken und dem anderen auch. Gut, gut. Gut, ihr... Was fehlt euch? Die guten Boiler. Ja, das kann ich nicht wirklich beschleunigen. Außer ich würde irgendwie selber Stahl gießen, aber das wäre nicht effektiv. Ne, 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 ne. Was ich machen kann, ist weiter meine Munition horten und jetzt beim ersten Tageslicht wieder rausgehen und töten. Hatte ich mir da schon mal was... Wow. Hatte ich mir da schon irgendwas rausgesucht? Da oben waren richtig dicke Basen, ja. Aber ich glaube, ich probiere mal das da. Könnte sein, dass die von da kommen. Ja, kommen von schräg oben links. Also da vielleicht. Weep, weep, weep. Silber, oh, brauchen wir nicht. Ähm, du bist neu. Gut. Ein Spitter-Spawner ist tot. Komm hierher. Lade deine Batterien auf. Entlade die Akkus der Basis. Das ist ein schönes Geben und Leben. So, vier Könige. Zwei Königinnen müssten noch hinterherkommen. Ganz langsam. Drei sogar. Drei Königinnen. Mach den kleinen Kram weg. Mach den König weg. Und dann laufe ich jetzt nicht wieder nach oben. Aber wenn der jetzt wieder nach oben läuft, dann hole ich wieder so einen ganzen Schwung. Kleinkram. Die Türme sind mit einem kleinen Kram abgelegt. Und dann lege ich die dicken Brocken hier. Und die Königinnen kann ich. Oh, das sind Spucker-Königinnen. Ja, sinnigerweise. Aber Spucker-Königinnen machen richtig einen Schaden. Oh, lauf. So. Ah, es geht. Alles machbar. So, das waren jetzt die Spawner, oder? Habe ich da einen noch übersehen? Leichen über Leichen. So, zwei Könige lasse ich noch rankommen. Botterie ist voll. Schild ist voll. Alles super. Oh. Mann, hier schießt ich immer noch aus Sniper-Turm. Du gehst weg. Du verbrauchst null Ressourcen. Hier noch irgendwo einer. Nö. Okay. Letztes Spucker-König stirbt. Der hat auch gar nicht erst versucht zu Snipern. Das ist gut. Lag wahrscheinlich daran, dass ich ihn so halb hingelockt habe. Und die Königinnen stehen hier irritiert rum. Das ist okay. Die Artefakte sammle ich bei Zeiten mal ein. Da. Oh, hier. Die sieht okay aus. Man kann mit der richtig, richtig teuren Munition übrigens auch richtig, richtig gut Wald zerstören. Aber ich glaube, das ist ein bisschen verschwenderisch. Was macht ihr da? Achso, ihr wollt die Basis angreifen. Ja. Ja. Oh. Das ist doch ein schöner Spot für Lava. Alles schön kompakt. Können hier eine richtig enge Basis bauen. Aber gut. Erstmal hier. Geht weg. Blablabla. Oh. Kam nicht ganz ran. Shit. Oh. Okay. Schnelles Zeug töten. Nicht in die dritte Basis laufen. Könnte helfen. Ne. Das ist eng. Wow. Okay. So. Kein Kram weg. So. Ich habe schon vier oder fünf Könige hinter mir. Die müssen erstmal zur Basis gebracht werden. Hier die Börbantüten. So. Schade. Ich weiß, ich kann jetzt erstmal nicht mehr draußen rumspielen. Weil ich muss erstmal warten, bis die Könige und Königinnen hier angetanzt sind. Sonst habe ich irgendwann in der Nacht Probleme, weil eine riesige Horde von Königinnen und Königinnen hier am Tor steht. Was sagen die Akkus? Voll. Gut. Gut. Ich war fünf Minuten weg. Ist das Ding jetzt endlich fertig? Nein. Oh. Oh. Warum? 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 Ist das da weg? Warum ist die ganze Blaupause weg? Was, 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 wie, wo? So. Das weiß ich nicht, woran das lag. Es könnte an der Zeit liegen. Also wenn Blaupausen zu lange nicht erfüllt werden, dann gehen sie irgendwann weg. Was schade wäre. Oder es könnte sein, weil ich zu weit weg von der Basis war. Oder das Gebiet war nicht geladen. Das kann nicht sein. Die Gebiete sind immer alle geladen. Nein. Hm. 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 Na Gott. So, Blaupause ist wieder da. Es arbeitet trotzdem aber nur eine Reihe. Hm. Habt ihr keinen Treibstoff hier oben? Wahrscheinlich, weil ihr gerade erst gesetzt wurdet. Ciao.